Noin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Titanium und dem, ja, eigentlich 14. Heiligen Standort fürs, äh, ja, Anrufevent. Ich sag mal eben, oder ich zeig mal kurz, worum es geht. Ähm, es geht ja hier drum, um die Lavendelkekse, Lavendelschleifenkekse, so war das, ja. Da steht, bringe diese süßen und triumphalen Leckerbüssen zum 14. Heiligen in den Turmhangar. Ja, das Problem ist, äh, da kann man auch hingehen, da sieht man auch was, aber der ist nicht richtig da. Also, das heißt, ihr könnt es im Moment nicht abgeben, ist wahrscheinlich auch buggy, vielleicht gibt es auch irgendwie einen Trick, das anders hinzukriegen. Ich weiß diesen Trick leider gerade nicht. Wenn ja, wenn ihr irgendwas gefunden habt, bitte in die Kommentare schreiben, ja, damit alle das sehen. Aber jetzt, im Moment, geht es im Moment nur so, wie ich es jetzt gleich zeige, also ihr geht hier einfach in den Turmhangar. Und dann seht ihr da ein Stück vom 14. Heiligen, aber, äh, es ist nur seine Schrotteln, die da hängt. Und das ist hier. Mehr, er ist nicht da. So, ich kann hier nichts machen. Äh, ja, auch nicht. Kein Schneebar auf ihn schmeißen oder so, dass ich den vielleicht irgendwie aus der, aus dem Jenseits wiederhole, indem ich den mit dem Schnee vollkloppe oder so. Ja, da ist nichts. Also das Einzige, was hier ist, ist hier die Schrote. Alles andere habe ich nicht gefunden. Ähm, mehr als das kann ich auch nicht zeigen. Wenn ihr, wie gesagt, was habt, bitte in die Kommentare. Aber so ist es jetzt im Moment. Da kannst du halt nichts machen, ne? Aber Bungee hat auch ganz große Leistung gebracht hier mit dem Patch und so. Also viele Bugs reingebracht und das ist doch schon arg nervig gerade. Naja, äh, ich glaube, die arbeiten wieder alle in Destiny 3 und lassen Destiny 2 gerade mal eben links liegen. Oder vor den Ferien sind nicht genug Leute da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall stimmt hier irgendwas nicht. So, ähm, ich sage nochmal schnell, was ihr da braucht, um halt diese, äh, Lavendelschleifenkekse zu machen. Äh, ich habe ja mein, mein Ofen ist mittlerweile auf Meisterwerk, also das ist schon ganz gut so. Ähm, also hier auf Tippsinn schon auf Meisterwerk abgeredet. Habe alles erfüllt an Rezepten. Dafür gibt es auch ein anderes Video noch bei mir auf dem Channel. Und sonst gibt es da auch noch, äh, ja, andere Infos in der Beschreibung unter diesem Video. Ja, und sonst auch gerne was in die Kommentare. So, also die neuen Rezepte sind ja die alten. Die neuen Rezepte sind hier, man, sind hier, einmal hier, Lavendelschleifenkekse. Dafür braucht ihr Wechsmilch, persönliche Note und Anbruchessenz. Äh, ich muss jetzt einfach nur draufdrücken hier, dann wird das zusammengefummelt. Ich brauche nochmal einmal Zartbitter, weil ich hole mir jetzt gerne noch kurz Loot ab. Ja, so Zartbitter brauche ich nochmal eben kurz, ähm, so, das muss ich mal eben kurz noch, das mache ich nochmal eben kurz mit. Das zählt bei mir hier zum Video dazu. Ja, ich hole nochmal kurz die neuen Sparrow ab. Dafür muss ich mal eben kurz, ähm, zum Vagabund noch laufen. Und wie gesagt, dann habe ich das hier auch fertig. Ich muss noch kurz mal zeigen, was ich meine. Und zwar ist das das hier einmal. Da braucht ihr hier Zartbitterpartikel, Fraktalrollen und Geschenke gebacken. Ja, das ist, äh, so gut wie gleich fertig. Gehen wir mal kurz zum Vagabunden. Wie gesagt, das ist jetzt der 14. Das ist ein Teil hier gewesen. Das ist noch buggy. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich, dass, äh, vielleicht die Tage jetzt noch nachgepatcht wird. Weil so geht es natürlich nicht. Und ich hoffe auch vor der Weihnachtswoche, weil, äh, ich glaube die meisten Leute sind in den Ferien oder im Urlaub. Also halt auch von, von Bungie, den ganzen Programmierer etc. Ich glaube, da wird nicht viel passieren dann. Und das Anrufevent ist natürlich auch ein riesiger Witz, ne. Also früher stand hier noch ein riesiger Baum, alles mit Lametta voll. Und jetzt haben sie Eva Levante da hinten in so ein Zelt gestellt. Das war es dann auch. Also, äh, ja, weiß nicht. Alles sehr armselig im Moment. Die Story ist auch schon durch. Vom, äh, 14. Heiligen und so. Das ist alles gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr wenig Content. Und, äh, ja, eigentlich nervt es nur für mich zu sein. Naja gut, egal. Geht trotzdem weiter. Level muss ich trotzdem. Spitzenloot muss ich auch noch looten. Das ist auch wieder eine geile Sache. Es gibt keine neue Spitzenlootaktivität mehr. Äh, ja. Außer nächste Woche am 24.12. Neher zu Heiligabend geht es dann los mit, ähm, Eisenbanner. Da gibt es dann wieder was zu holen. Wahrscheinlich auch neue Quest. Auch neue Rüstung. Mal gucken. Aber jetzt im Moment, das ist echt alles ein bisschen, ja, deprimierend. Ja, deprimierend, mehr auch nicht. So. Was steht an, du Held? Ich will das Geschenk geben. So. Da ist alles rausgefloppt. So sieht es aus. Ne, Moment, der fit ist den Heiligen Spider. Ja, das ist das Ding. Da habe ich das eine, da ist eben gerade noch irgendwo was hingeflogen. Ich weiß gerade nicht genau, wo. Müssen wir mal gucken, wo das jetzt hin ist. Da war ja noch irgendwas. Da oben ist es. Auf Tempo gebacken. Lieferung der 14. Heiligen Spider. Tote Zuckergeister. Lavendelschleifen. Kekse. Ja, wie gesagt, die kann man gerade nicht abgeben. Deswegen kann man da ja heute auch nicht. Weiter. Tote Zuckergeister. Okay, ich bin immer noch hier. Aber es gibt da ein paar. Aber hier geht es dann weiter. Mir wollte ich euch das zeigen. Hoffentlich ging es jetzt um die 14. Heiligen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.